Es ist wieder Freitag und dieses Wochenende haben wir an allen drei Tagen etwas für euch im Angebot. Wir starten heute Abend mit Eishockey. Unsere Bären aus Neuwied empfangen die Gäste aus Hamm. Los geht es um 20 Uhr im Eishaus Neuwied. Weiter geht es am Sonntag mit Fußball. Unsere SG99 Andernach empfängt die Gäste aus Kloppenburg. Am 5. Partie ist um 13 Uhr im Stadion in Andernach. Ebenfalls am Sonntag haben wir Tischtennis für euch im Angebot. Unser TTC Zugbrücke Grenzau empfängt die Gäste aus Bremen. Los geht es um 15 Uhr in der Zugbrückenhalle in Grenzau. Und zum Schluss noch unser Aktiv-Tipp. Am Samstag steht der Crosslauf in Wachsweiler auf dem Plan. Ab 14 Uhr könnt ihr dort starten. Viel Spaß und bis nächstes Wochenende, wenn es wieder heißt, die Sport-Tipps vom Sportbund Rheinland.